Ne? Lul forex , voll dumm! Haha, einfach nur Lull! 1 2 Ich bin Wood! Ja, witter Team Wood Team Wood Team Wood Das ist Anna Wood Und das ist Danube Wood Hahaha Cool, ich binne Wood I send this word mix Wood frgl Ehrliche Landluft. Oh, ja. Diese Luft tut gut. Das ist wirklich ne Soßluft. Wer steht nicht gerne draußen in dieser Landluft und liebt dieses Luftland? Luzi, wo ist denn hin? Madame Gazelle. Madame Gazelle. Ich hab mich angemischt. Na dann, leckerem Appetit. Oh, möchtest du kommen? Ja, so. Okay. Also, mir tut es leid, dass du je meine beste Freundin warst. Lul. Voll dumm. Einfach nur Lul. Oh, also gut. Oh, scheiße. Hereinspaziert. Sie ist auf die Scheibe und gewinnt einen Riesenteddy. Das schaffst du doch locker, Mama. Ja. Wir brauchen doch nicht noch so einen Riesenteddy Pepper. Doch und jetzt. Doch. Bild deine Gräse, du scheiße. Zieh ich dich. Dass du nicht mehr gehen kannst. Sorge sieg. Alter, was zur verdammten Höllenscheiße war denn das? Oh, 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 oh. Pepper geht ja ganz schön ab, man. Oh, 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 oh. Junge, Junge, das war mal krank, ey. Gewinnen. Entschuldigung. Es ist ein Spiel. Wie? Das haben sie gesaßen? Hier kostet ein Schuss. Zwei Riesen. Zwei Riesen? Für einen Pfeil mit Gummi vorne dran. Alle Menschen haben Schuss am Vögel. Genau. Glaublich. Hier ist ihr Euro. Hurra. Du brauchst zu... Warte mal, du zahlst zwei Riesen, um einen Schuss in die Mitte in Euro zu gewinnen? Warum kein Helmut-Dollar? Hoho, da kommt das nächste Auto. Das ist Luzi. Hier, aufgeben. Ha, 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 Peppa. Ha, ha, Peppa. Aber am allerbesten ist mein saftiger Salat. Oh nein. Hässliche Oma-Wut. Was geht's los? Genau, hässliche Oma-Wut hat sie klaut. Oh, soos. Oh. Kann ich auch. Vor allem so dabei Bolzern, Alter. Oh, dieses Lied ist so geil. Ich kann gar nicht tanzen. Oh, Mann. Sorge. Na gut. Also, ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist ein Talent. Das ist... Fernsehgucken ist wirklich Talent. Das braucht viel innere Ruhe und Konzentration. Hier ist ein Saas mit Saas. Ich kann einen besonderen Ton. Alter. Das ist doch wirklich ein krasses Talent. Ist eine. Und sage mir, wonach sie schmeckt. Nach noch nicht reif, würde ich sagen. Sie schmeckt nach... Garten. Sie schmeckt nach Garten. Genau. Wie schmeckt denn so ein Garten? Hey. Schmeckt den Finger hoch. Schmeckt den Finger hoch. Mein Opa hat einen großen Topf voll Basilikum. Wirklich? Oh, ja. Eine ganze Menge von dem Zeugs. Kommt, ich zeig's euch. Na toll. So viel zum Thema. Ich zeig's euch. Warum macht der Kopf so ein Geräusch? Ja, meiner macht auch so ein Geräusch. Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war. Oh. Saas? Es ist Nacht. Es ist schon traurig, dass der Sprecher extra erwähnen muss, dass Nacht ist. Am Abend. Der Junge hat meine Worte im Kopf. Wenn's dunkel ist, muss der Sprecher erwähnen, es ist Nacht. Ja, das ist sinnlos. Das war cool. Ey, das war wirklich richtig geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.